Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen zur dritten Änderung des Vertrags zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen Körperschaftsöffnungsrechtsberichterstatterin ist Herr Kollege Schwarz. Ich gebe ihm das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Auf Aussprache wird fraktionsübergreifend verzichtet. Ich lasse abstimmen, wer dem Gesetzentwurf in vorliegter Fassung zustimmt. Wer zustimmen möchte, dann bitte ich mir das Handzeichen. Herzlichen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthältlicher Stimme? Ich stelle fest, dass das Gesetz einstimmig beschlossen worden ist und wird damit zum Gesetz erhoben. Danke schön. Glockenzeichen Vielen Dank.